Was mein Leben reicher macht, mein Campingstuhl. Herzlich willkommen bei Angedacht. Was mein Leben reicher macht, das ist mein Campingstuhl. Ja, mein Campingstuhl hilft mir, dass ich etwas von meinen Urlaubserlebnissen und von meinem Urlaubsgenuss mitnehme in meinen Alltag, weil ein Campingstuhl ist. Das ist der Natur der Sache geschuldet sozusagen, mobil und ich kann ihn überall mitnehmen. Und so sitze ich heute Morgen hier am Rhein und höre die Schiffe im Hintergrund tuckern und die Wellen am Strand anlanden und denke mir, wie wunderschön ist das. Ja, und natürlich habe ich diesen Campingstuhl auch mitgehabt in meinem Urlaub. Ich saß an Seen, ich saß auf Berg, Alpen, Wiesen oder ich saß manchmal an Flüssen oder manchmal sogar in Flüssen. Wie wunderbar ist das? Und jetzt das Rauschen der Wellen, Sie können das vielleicht auch hören, wie wunderbar. Sie können sich also etwas von Ihren Urlaubsgenüssen in Ihren Alltag holen mit so einem Campingstuhl. Ich tue das, suche mir manchmal mit meinem Campingstuhl meine Lieblingsplätze auf und finde es einfach wunderbar. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall einen guten Einstieg in Ihren Alltag, wenn Sie den nicht schon seit zwei oder drei Wochen haben. Und die, die wieder in den Schulalltag gehen, denen wünsche ich auch auf jeden Fall alles Gute. Und am nächsten Montag gibt es dann wieder einen kleinen neuen Beitrag hier auf meinem Kanal Angedacht. Da werde ich dann ein kleines Buch vorstellen, eine Urlaubslektüre, die mich nachhaltig beeindruckt hat. Bis dahin sage ich alles Gute und Gott befohlen. Tschüss. Das war Angedacht. Was dein Leben reicher macht. Jeden Montag ein neuer Impuls. Das war Angedacht.